Heute geht der Albtraum weiter mit Mr. Tomatoes. Wir versuchen einige neue Secrets freizuschalten und ob uns das gelingen wird, seht ihr im heutigen Video. Das Video ist nichts für schwache Nerven, es könnte ein kleines bisschen gruselig sein, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. Okay, wir sind back in Mr. Tomatoes. Hier sieht er aber noch ziemlich, ziemlich nett aus. In der letzten Folge, das war die erste Folge, falls ihr die nicht gesehen habt, guckt ihr euch an, das war krass. Also wirklich, wirklich krass, was da passiert ist. Wir haben es irgendwie nicht geschafft, aber ich habe das Ganze jetzt einfach nochmal gemacht und habe es aber dieses Mal geschafft. Und weiß jetzt ein bisschen mehr über diesen Tomatenkopf hier. Nämlich brauchen wir aus dem Shop eine Taschenlampe. Wir holen uns eine Schere und ich würde vielleicht sogar sagen, zur Sicherheit bräuchten wir eigentlich auch ein Messer, aber das kostet 500 Punkte. Ist aber jetzt gerade mal erstmal egal, deswegen holen wir uns jetzt eine Taschenlampe. Wir können uns mehrere Taschenlampen holen. Okay, mehrere Scheren würde ich vielleicht auch holen und vielleicht nochmal eine Taschenlampe. So, damit sind wir jetzt erstmal ein kleines bisschen besser bewaffnet und können jetzt mal schauen, was Mr. Tomatoes so auf dem Kasten hat. So. Okay. Okay, wir müssen aufpassen, weil manchmal macht er einfach das Licht aus. So, und dann wissen wir nicht, was wir ihm geben sollen. So, und das macht die Sache halt ein kleines bisschen schwieriger. So, er kriegt jetzt erstmal seine Zitronen. Okay, der will die Limonade haben. Das kommt in den Mixer, das kommt in den Mixer. Dann tun wir das Ganze mixen. Dann kommt hier die Limonade und das bekommt er dann. So funktioniert das Ganze. Ist eigentlich sogar relativ einfach, aber man wird halt immer wieder gehandicapt. Ja, ihr kennt das. Er möchte die Kirschen. Und man sieht dann auf einmal einfach nichts mehr. Und das ist übel schwierig dann. So, und später, später wird es sogar noch komplizierter, wenn man dann irgendwie mit so Säcken erraten muss, was er von einem möchte. Und das ist halt insane schwer. Aber ich denke, dieses Mal können wir sogar weiterkommen als das letzte Mal. So, bitteschön. Okay, eine Gurke kriegst du natürlich auch. Die Strawberry. Die Kirschen kannst du gerne haben. Schokolade, okay. Tomate. Eiscreme. Kannst du haben. Zack. Okay. Spaghetti. Okay, das können wir zusammen mixen. Dann kriegst du deinen Strawberry-Joghurt. Okay, Salami. Okay. Der Cheeseburger. Okay. Alles bisher ganz okay. Alles ganz leger, Leute. Ganz normal. Alles ganz entspannt. Dann machen wir Creme und Eis. Und wird Eiscreme. Okay. Ein Ei. Okay, kannst du haben? Spaghetti. Äh, ja. Okay. Es läuft bisher eigentlich noch ganz gut. Aber es könnte sein, dass es gleich ziemlich kompliziert wird. Okay, nochmal Fisch. Zweimal hintereinander. Okay, Kartoffel. Okay, Schokoladencocktail. Huiuiui. Ey, der hat heute Ansprüche. Ey, Wahnsinn. Zack. Ich will ein bisschen Spaghetti. Okay. Und die Gurke zum Schluss. Super. Alles klar. Hau rein. So, jetzt würde ich sagen, holen wir uns Licht. Wir brauchen auf jeden Fall Licht. Was ist das? Delicious candy can cheer up any creature in no time. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt ist, was ich hier gekauft habe. Wir holen. Oh, habe ich nicht genug Geld? So. Ich glaube, jetzt sind wir eigentlich ganz gut bewaffnet. Wir gehen nochmal rein und gucken, was wir jetzt von den Sachen anwenden können. Keine Ahnung, ob das auch überhaupt ausreicht. So, 30 Stück müssen wir ihm geben. Das ist es, Leute. Und woher sollen wir jetzt hier wissen, wo was drin ist? Also, er will jetzt die Kartoffel haben, aber was ist das hier? Was ist das? Wir können halt mit der Schere dann diese Säcke aufschneiden. Aha. Und das probieren wir jetzt aus. Okay. Wir probieren es aus, ob wir überhaupt so weit kommen. Fried fish with salad. So. Oh ja. Okay, das war's. Okay. Das kriegt er. Er isst auch einfach so dieses Glas. Als wäre das das Normalste der Welt. Okay, Glas Wasser. Noch ein Glas Wasser. Er hat ziemlich Durst gerade. Okay, Mashed Potatoes. Woher sollen wir jetzt wissen, wo die Mashed Potatoes drin sind? Kann man das nicht? Mit der Schere hier. Wie macht man die auf? Wie kriegen wir jetzt die Mashed Potatoes da raus? Ich kriege das hier mit der Schere irgendwie nicht gerade hin. Oh. Okay, ich hab's. Okay, er wollte Mashed Potatoes, right? Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab's. Hä, muss ich das dazu packen? Okay, ja, doch. Es ist richtig gewesen. Alter. Alter. Okay, Pepper. Oh mein Gott. Okay, okay. Es hat funktioniert. Cucumber. Wollen wir 50-50 machen? Oder wollen wir aufmachen? Ich würde sagen, ich würde sagen, die Seite ist es hier. Okay. Es wär falsch gewesen. Oh mein Gott. Okay. Ich will Sushi. Sushi. Okay. Ich will ein bisschen Kreme. Kreme. Okay. 17 Stück noch. Ich will ein bisschen Salat. Salat. Ich will ein bisschen Tomatensuppe. Okay, 15 noch. Ich will ein Kucumber. Das da. Okay, Leute. Ihr habt's gesehen. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Wir kommen auf jeden Fall weiter, was das angeht. Okay, hier ist das Glas Wasser. Kartoffel. Okay, Salat. Eier. Wir haben nicht so viele Scheren. Das muss man halt wirklich bedenken, dass wir nicht unendlich Scheren haben. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Noch neun Stück. Wir haben keine Scheren mehr. Oh oh. Wir sind aufgeschmissen. Nein. Okay. Okay. Oh man. Ein Fehler. Ein Fehler. Bitte nicht nochmal. Okay, der war gut. Donut. Oh nein. Falsch. Verdammte Axt. Oh man. What the frog, Leute. Carrot Soup. Das ist doch Karottensuppe, oder? Wir haben es trotzdem geschafft. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Genug davon. 500 Punkte für ein Messer. Ich hole nochmal ein Bonbon. Das da haben wir auch. Und das da ist irgendein geheimes Item, was ich sehr, sehr gerne herausfinden möchte. Okay. Vielleicht das beides nochmal. So, dann sind wir erstmal gewappnet. Wir gehen nochmal rein. Wir sind richtig, richtig weit. Okay. Okay. Er ist zwei, er hat zwei Stück, er hat zwei Wütendinger da, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen jetzt richtig aufpassen, weil er ist schon ein bisschen... Okay. Okay. Mit der Taschenlampe konnten wir sehen, was passiert. Okay. Zack. Okay. Es läuft. Es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft. Es läuft. Ich glaube, da wäre die Limonade. Oh, wow, wow. Steak, bitteschön. Okay. Wir müssen das aufmachen. Alter. Bitte ist das Bacon. Alter, es ist so schwierig. Hier, Spaghetti. Oh, Mann, es ist schwierig. Alter, es ist schwer. Okay, bitte, es ist Pepper. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist schwer. Alter. What the Frog? What the Frog? Ist das schwer? Okay, das läuft. Hier ist Salat, mein Lieber. Sushi. Okay, wir kommen so durch. Wir kommen so durch. Wo sollen hier die French fries sein? Ja. Okay, der war gut. Der war gut. Okay, okay. Huh. Okay, es läuft. Ich will Fisch. Fisch. Okay, okay, okay. Ich will eine Apple. So weit, so gut, Leute. Ich will ein bisschen Tomato Soup. Ja, Mann. Mach weiter, 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 weiter. Ich will ein bisschen Strawberry Joghurt. Strawberry Joghurt. Also, Erdbeerjoghurt. Wo? Was ist es? Er ist schon fünfmal sauer gewesen. Ist es das hier? Ja, komm. Erste Wahl. Ah, Mann. Oh, Mann. Das ist nicht gut. Okay, let's go. Okay, let's go. Wir können uns nicht mehr erlauben, Leute. Neun Stück. Okay, Salat. Acht noch. Let's go. Okay, wir kommen weiter. Wir haben das das letzte Mal nicht geschafft. Wir haben das das letzte Mal nicht geschafft. Ich will Sushi. Come on. Ich will eine Apple. Komm schon. Ich will Fisch. Okay, Licht. Fisch. Ich will Potato. Okay, okay. Let's go. Ich will Bacon. Ja. Okay, ich bin voll für heute. Besuch mich, wenn ich wieder wunderschön werde. Alter, war das krass. Das war so krass. Oh, mein Gott. Auf jeden Fall ausrüsten. Nicht genug Geld. Okay, wir gehen nochmal rein, Leute. Weiter geht's. Hi. Okay. Okay. Bacon war hier. Was? Ich will ein Steak mit Mashed-Potatoen. Okay. Wir machen Licht an. Steak. Okay. Ja. Was? Brauchen wir das? Alter, ich hab grad so Gänsehaut. Okay, können wir ihm das hier geben? Delicious. Oh, okay. Dadurch bekommen wir weniger Probleme. Wenn wir ihm Süßigkeiten geben, bekommen wir weniger Probleme mit ihm. Okay. Dann geben wir ihm noch eine Süßigkeit und dann wird er vielleicht netter. Delicious. Wir wissen halt auch nicht, was er gesagt hat. Wir wissen es nicht. Also ich glaube, dafür ist das Radio oder dieser Übersetzer hier. Ich geb jetzt einfach mal ihm die French Fries. Ich will ein Steak. Steak. Ich will ein Peppern. Okay. Wir sind richtig weit gekommen. Ich will ein Bacon. Ich will ein Schokoladen-Suppe. Ich will auf jeden Fall weiterkommen. Was soll ein Schokoladen-Suppe sein? Cream. Ähm... Das ist das hier. Ich will ein Cucumber. Okay, Gurke. I want a Cheeseburger. Burger. Oh Mann, ey. I want Salami. Salami. I want a Cucumber. Okay. Äh, Licht. Licht. Gurke. I want some Tomato Soup. I want Pepper. Oh Mann. Okay. Okay. I want to eat some Chocolate. Okay. Äh, hier. Hier. Jawohl, Alter. Das waren zwei, die wir uns gespart haben. Sehr gut. Hier. Oha. Wir kommen gut voran. Also ist es noch ein bisschen... Cheeseburger. I want Chicken. Okay, come on, come on. Okay, Gurke. I want some Chocolate Soup. Wir können uns schon erlauben, dass er noch neunmal wütend wird. Und wir haben, glaube ich, noch zwei oder drei Scheren. Wir probieren's. Ah! Mist! Weiter geht's. I want a Donut. Okay, okay. I want some cream. Okay, hier die Creme. I want a Cheeseburger. Cheeseburger. I want some Tomato Soup. Okay. Kannst du haben? 15 Stück noch. I want Salami. Verdammt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das für eine Situation? Es ist jetzt 50-50. Entweder haben wir jetzt zwei Sachen auf einmal. Damit hat er uns sowas von gekriegt, Mann. Er hat uns so hops genommen. So hops genommen. Jetzt hat er einfach... Jetzt schlägt er uns diese zwei Dinger, die wir ihm eben ausgetrickst haben, einfach voll wieder zurück. Alter. Wie soll ich das jetzt machen, ohne zwei Gegenstände aufzubrauchen? Ich probier's. Come on, bitte. Bitte. Ja! Oh, wir sind schlauer, Mr. Tomato. Was willst du machen? So. Was hat er jetzt gesagt? Oh, Mann. Was hat er jetzt gesagt? I want a tomato. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich hab so viel geredet. Ich hab einfach geredet. Und jetzt hab ich den... Jetzt hab ich verkackt. Oh, oh. Ja, es war kein Chicken-Safe nicht. Oh, es war Chicken. Es war einfach richtig... Elf noch. Come on, Baby. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir haben noch eine Schere. Alter Junge, woher soll ich das wissen? Hier, die... Come on, bitte. Okay, hier. Come on. Hier, dein Brrrrrr. Ich hasse ihn so sehr. Alter, wir... Kacken so rein. Come on, bitte, bitte, bitte. Come on, zwei noch. Bitte, wir schaffen es. Keine Ahnung, Mann. I want a carrot. Wir haben es geschafft. Wir haben es. Okay, Alter. Alter. Was ist jetzt? Was ist das? Was mache ich hier gerade? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade machen soll. Ich drücke einfach, Leute. Ich drücke einfach durch. Okay. Okay. Okay, okay, es läuft, es läuft, es läuft. Alter, was zum Teufel passiert hier gerade? Oh mein Gott. What the frog? Oh, oh. Was muss ich machen? Muss ich ihn irgendwie bekämpfen? Oh, okay. Gotcha. Oh, okay, okay. Okay. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Was muss ich machen? Ich glaube, ich muss ihn vergiften. Oder ist es mein Leben? Nee, ich glaube, ich schade damit schon ihm. Ich hätte ein Messer kaufen sollen, Mann. Okay. So könnten wir ihn bekommen. Okay. Alter, was passiert hier gerade? Okay. Okay. Fünf. Sechs. Sieben. Okay. Wir müssen es nur richtig, wir müssen es nur richtig kalkulieren. Oh Mann, das war falsch. Ich habe das falsche Ding angetippt. Come on. Wir müssen nur richtig kalkulieren. Dann kriegt er die ganze Zeit Schaden, Schaden, Schaden. Und dann machen wir ihn tot, wenn er kurz bevor er die Leiste wieder mit dem Ärger voll hat. Machen wir ihn wieder glücklich. Und dann machen wir weiter mit dem Schaden. Alter, was passiert hier gerade? Ich habe gerade so einen Quatsch gelabert. Wir müssen hier ihm das da geben. So, dann bekommt er wieder ein bisschen Leben dazu. Aber er hat dann weniger Wut in sich. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir dürfen nicht übertreiben. So. Okay. Noch weiter. Okay. Vielleicht kriegen wir ihn so. Oh Mann. Okay, noch ein bisschen. Alter, what the frog? Alter. Da kann man sagen, was man will. Das ist ein krasser Beat, ey. Ich gebe. Ich gebe ihm noch das letzte. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Was jetzt? Alter, ich habe gewonnen. Er ist weg. Ich habe gewonnen. Alter. Ich glaube aber, er ist jetzt aus dem Startmenü weg, Leute. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der ganze Spaß hier noch weitergeht. Also, falls ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Das war ja insane. Alter, war das krass. Leute, das war mega heftig. Okay, wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.